Hey Leute, was ist das Bult? Und willkommen hier zum nächsten Bundesliga Pax United Matchdex-Orakel auf meinem Kanal. Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Ich hatte euch vorhin im Pax United Bundesliga Matchdex-Orakel schon, also Dortmund gegen Union hatte ich vorhin auch ein Video hochgeladen, gestern gab es die Konferenz. Ich weiß nicht, ob die Orakels online bleiben, keine Ahnung, ich kann euch nichts versprechen. Das, was ich euch versprechen kann, ist, dass es jetzt jeden Freitag um 15 Uhr alle neun Partien in einem Video gibt. Ich möchte es einfach heute trotzdem nochmal so austesten. Let's go Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach und wir starten rein. Mein Tipp ist, dass die Partie unentschieden ausgeht. Ich sag 2-2. Ich sag 2-2, was sagt ihr? Schreibt uns rein und let's go! So, let's go! Wir starten mit Hoffenheim, Düsseldorf, Schalke. Gestern gab es ein 0-0. Ich war, ich sag mal so, ähm, ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen. Ich sag ihn Piatek. Klienzen hat in der Konferenz auch Piatek gesagt, aber der Kommentator gestern beim Spiel hat Poncek gesagt. Poncek, Poncek, Poncek oder irgendwie so. Der neue Stürmer, der Star-Stürmer, der Hertha, ich sag mal so, der hat in 30 Minuten schon mehr Torgefahr ausgestrahlt wie Davy Selke in den letzten 10 Spielen. So, Burgstaller, Salai und Plea und das ist der Doppelschlag. Haha, Gladbach geht hier doppelt durch. Alaston-Player in Führung. 0-2 die Gladbacher. Ja, solide in Führung, so kann man sagen. Solide in Führung und hier kommt eine Limi, Leute. Hier kommt eine Limi, Bochum, Union, Hertha, Mainz und Niklas Stark. Wie geil ist das denn, bitteschön? Niklas Stark als limitierte Auflage, die hab ich noch gar nicht. Richtig geil, Mann. LE10, Niklas Stark, limitierte Auflage. Mega, 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 mega. Freue ich mich gerade, wirklich riesig drüber, über Niklas Stark. Ja, aber wir gehen rein in Halbzeit 2. Es gab keinen Leipziger, es gab keinen Gladbacher. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passieren wird. Harit, Bayer. Ja, in der zweiten Halbzeit passiert erstmal folgendes. Lars Spindel, 0-3. Kann man mal machen. Leipzig hat noch nicht verloren. Es kann hier noch eine Klubkarte drin sein, eine Powerkarte und eine Basekarte. Dann würde es 3-3 stehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering, dass hier Leipzig noch irgendwie was reißen kann in der Partie. Und ihr seht's, Spolo, nix passiert. 0-3, Gladbach gewinnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020